Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Herr Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jäger, Krebs, und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Niederpreistige, Treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben, Dieses Feiglinge verbreitet, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmhalz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Luppe hielt. Es hat mich jeden nur als Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Die Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Die Befehle sind in den Kopf! Die Befehle sind in den Kopf! Untertitelung des ZDF!